Mein Name ist Georg und danke, dass du eingeschalten hast auf dem Kanal GeorgTV. Ich werde in diesem Video nicht allzu lange reden, sondern ein Statement abgeben zu dem, was eigentlich gestern Nacht passiert ist. Ich habe gestern Nacht zwei Videos über Britannia Karma gepostet. Die Videos wurden von unterschiedlichen Menschen angeklickt. Menschen, die das Thema ernst genommen haben und Menschen, die sich darüber lustig gemacht haben. Ihr müsst aber eines wissen, dass ich ein Mensch bin, der es hasst, Beleidigungen zu schieben oder sich über jemanden lustig zu machen, der gestorben ist. Diese Möchtegern-Rambos, die das machen, haben es nicht nur bei Britannia gemacht, sondern bei Gillette Abdi. Jedes Mal wurde dieses Thema ins Lächerliche gezogen und dieses Mal schon wieder. Sie denken, wenn sie den Verstorbenen beleidigen oder sich darüber lustig machen, sind sie ein cooler und starker Mensch. Ich werde absichtlich die Kommentare nicht anzeigen in diesem Video, denn diese Kommentare sind es nicht wert, in meinem Video eingeblendet zu werden. Ich bin mir sicher, dass diese Menschen dieses Video auch anklicken, weil sie denken, vielleicht postet er noch ein Informationsvideo über Britannia. Schreib mir wieder einen lustigen Kommentar. Nein, junger Mann. Dieses Video geht an dich. Lasst uns doch gemeinsam respektvoll sein. Es kann sein, dass die Angehörigen von Britannia die Videos sehen. Wie stellst du dir das vor, wenn sie dann in die Kommentare reingehen und lesen? Ja, Britannia kann an Übergewicht gestorben sein. Jeder einzelne, der über Britannia und über verstorbenen Menschen sich lustig macht, wird erstens das Kommentar gelöscht und zweitens dieser Nutzer wird von meinem Kanal ausgeblendet. Der hat hier nichts zu suchen. Punkt. An alle anderen, danke für euren Support. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, meine Stimme in das Netz preiszugeben und vielleicht viele zu erreichen. Wenn du dir gedacht hättest, dieses Video wird irgendein schönes, lustiges Video. Nein, das waren Statements. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, meine Stimme in das Netz.